Ja, meine Damen und Herren, wunderschönen guten Morgen hier im Innenministerium. Willkommen zu unserer Pressekonferenz Suchtmittelbericht 2021 mit Herrn Innenminister Gerhard Karner und Brigadier Daniel Lichtenegger, der Leiter der Zentralstelle Suchtmittelbekämpfung im Bundeskriminalamt. Herr Bundesminister, bitte um Ihr Statement. Ja, vielen herzlichen Dank, meine sehr geehrten Damen und Herren. Auch ich darf Sie sehr herzlich begrüßen und einen schönen guten Morgen wünschen. Ich darf Sie begrüßen zur Präsentation des Suchtmittelberichtes 2021. Der Drogenhandel ist neben der Schlepperei, neben dem Menschenhandel der größte Geschäftszweig der organisierten Kriminalität. Und mit diesen enormen Gewinnen, die in diesen Kriminalitätsbereichen gemacht werden, werden weitere Bereiche finanziert, darunter etwa auch beispielsweise Terrororganisationen. Und das schmutzige Geschäft mit den Drogen ist auch eng mit dem illegalen Waffenhandel verbunden, weil es unterschiedliche Mafiosebanden auch gibt, die sich auch immer wieder bekämpfen und daher auch der Waffenhandel in diesem Bereich extrem auch floriert. Wie das Beispiel zeigt, dass wir im Dezember 2018 in Wien hatten, als es zu einem Schussattentat kam und einem Toten, einem Verletzten vor dem Lokal in der Wiener Innenstadt gekommen ist. Aber nicht nur die Drogenhändler, die Mafiosenstrukturen, auch die Konsumenten selbst beeinträchtigen die öffentliche Sicherheit, beeinträchtigen das Sicherheitsgefühl der Menschen. Wenn Sie daran denken, wenn Drogenkonsum auf offener Straße stattfindet, dann hat das für die Bevölkerung einen Einfluss auf deren Sicherheitsgefühl. Oder im Bereich der Beschaffungskriminalität, und wir werden darauf noch näher eingehen, wenn ich an Kellereinbrüche oder Taschendiebstähle denke, dann ist das auch etwas, was die Sicherheit und das Sicherheitsgefühl der Menschen beeinträchtigt. Oder auch das Leid der Familien, die durch den Drogenkonsum und infolge des Drogenkonsums sterben, 200 Tote als Folge des Drogenmissbrauches sind pro Jahr zu verzeichnen. Und das bringt ein ungemeines Leid für Freunde und Familien. Und daher gibt es einen gezielten Fokus im Bundeskriminalamt auf der Bekämpfung des Drogenhandels und wir gehen heute auch näher darauf ein. Ich darf nun Ihnen einige Zahlen zu diesem Suchtmittelbericht 2021 auch in Kürze darstellen. Die Drogenkriminalität ist in Österreich unmittelbar für fast ein Zehntel der Gesamtkriminalität verantwortlich. Im Jahr 2021 sind die Verbrechen im Zusammenhang mit den Drogen leicht gestiegen, nämlich um 0,6 Prozent. Das sind in Summe 3.214 Anzeigen. Die Vergehen auf der anderen Seite sind gesunken, um circa 15 Prozent. Wenn Sie so wollen, die kleineren Delikte sind gesunken und die schwereren Delikte, die Verbrechen, sind gestiegen. Die Hälfte der Verbrechen werden von ausländischen Tätern, in erster Linie Tätern verübt. Und das kriminelle Geschäft beherrschen Tätergruppen in erster Linie vom Westbalkan. Auch darüber werden wir dann im Detail auch noch berichten. Der Westbalkan ist hier Transit, aber auch entsprechendes Depotbereich für den Bereich des Suchtgiftes. Und ich habe das auch sehr intensiv vor wenigen Wochen mit dem serbischen Innenminister hier an dieser Stelle auch berichtet und auch konferiert. Es sind vor allem auch Täter und Tätergruppen aus Serbien. Und daher ist diese internationale Zusammenarbeit oder speziell auch mit Serbien so wichtig. Und das habe ich ja auch mit dem serbischen Innenminister auch entsprechend vereinbart. International besonders erfolgreich derzeit ist die Operation Achilles. Sie haben schon öfters darüber berichtet, dass es dem FBI gelungen, sich in die verschlüsselte Kommunikation der organisierten Kriminalität einzuschleißen. Und diese Organisation war in mehr als 100 Ländern auch aktiv. Rund 20 Prozent von rund einer Milliarde Nachrichten. Einer Milliarde Nachrichten sind hier entsprechend auszuwerten. Und rund 20 Prozent davon fallen auf den Westbalkan. Und im Rahmen der Operation Achilles sind allein in Österreich bereits 35 Personen verurteilt worden. In Summe sind das mehr als 150 Jahre an Freiheitsstrafen, die hier auch ausgesprochen wurden. Operation Achilles als höchst erfolgreiche internationale Ermittlungsaktion, die nach wie vor im Laufen ist. Insofern, dass hier, ich habe es gesagt, rund einer Milliarde Nachrichten auch entsprechend ausgewertet muss. Und hier internationale Zusammenarbeit auch notwendig ist. Und was die Operation Achilles auch verdeutlicht und zeigt, ist, dass sich diese Kriminalitätsform, nämlich das Thema Suchtmittelkriminalität, auch zusehends in das Internet verlagert. Unsere Experten gehen davon aus, dass rund 20 Prozent aller Bestellungen mittlerweile über das Internet laufen. Und die Tendenz dazu ist steigend und wurde während der Pandemie auch noch verstärkt. Und daher gibt es bereits seit 2018 ein Spezialistenteam im Bundeskriminalamt angesiedelt, das sich gezielt dem Online-Drogenhändler widmet und hier dagegen kämpft. Und diese Ermittler haben in den beiden letzten Jahren einen Erfolg auch eingefahren im Kampf gegen diese Cyberdealer und haben hier zwei Tätergruppen ausgeforscht, wo mehr als 175 Kilogramm Suchtgift und tausende Abnehmer dadurch, also 175 Kilogramm Suchtgift wurden durch diese Cyberdealer verkauft an tausende Abnehmer. Nach dem Haupttäter wird weltweit gefahndet und der Brigadier wird das auch nachher noch entsprechend präsentieren. Welche Konsequenzen, welche Schlüsse zieht das Innenministerium, das Bundeskriminalamt, die Experten aus dem Suchtmittelbüro daraus? Wir brauchen oder werden entsprechende Schwerpunkte national, aber auch international setzen. National, ich habe es gesagt, ist ein klarer Schwerpunkt im Kampf gegen die sogenannten Cyberdealer, die deutlich mehr werden und immer stärker zutage treten. Das heißt, wir werden hier intensiv daran arbeiten, dass wir im Zuge der Kriminaldienstreform, wo ja auch die Cyberkriminalität eine wesentliche Rolle spielen wird, dass wir von Seiten des Bundeskriminalamtes unseren Ermittlern auch auf Bezirkshebene entsprechend unterstützen im Kampf gegen diesen Onlinehandel und dass wir auch verstärkt in Verteilzentren gemeinsam mit dem Zoll hier Schwerpunktaktionen setzen werden, damit wir hier einen kleinen Schwerpunkt auch setzen. Das ist eine der Maßnahmen, die wir national setzen werden. International, habe ich gesagt, intensiver Fokus auf dem Bereich des Westbalkans, wo wir die Zusammenarbeit noch intensivieren müssen, ja verstärken werden. Es wird im August eine Taskforce organisiert, nämlich dahingehend, dass gemeinsam mit Europol und gemeinsam mit Kroatien, Österreich und Kroatien hat mit Europol hier den Lead, hier ganz stark der Fokus auf den Westbalkan und Serbien gelegt wird, weil hier eben wesentliche Tätergruppen, Mafios organisiert hier tätig sind und dass wir hier entsprechend dagegen halten. Auch das war Teil dieses Gesprächs mit dem serbischen Innenminister Wohlin vor wenigen Wochen. Mit Serbien wird es gezielt auch Maßnahmen geben, nämlich dahingehend, dass es ein spezielles Trainingscenter südlich von Belgrade gibt, das wir noch intensiver nutzen werden. Hier werden jedes Jahr 25 Spezialistinnen und Spezialisten geschult und ausgebildet, wo sie auch darin geschult werden, wie hier auch entsprechend die Zugriffe trainiert werden, weil in solchen Drogenlaboren es zu ganz gefährlichen Situationen beim Zugriff auch kommen kann, weil hier giftige und explosive Substanzen auch entsprechend zu finden sind. Der Kampf gegen die Drogenkriminalität wird ganz gezielt und schwerpunktmäßig auch fortgesetzt, national, aber auch international. Wir werden den Fahndungsdruck entsprechend hochhalten, vor allem den internationalen Fahndungsdruck. Wir werden dort, wo es auch regional Probleme gibt, auch im Straßenbild auch entsprechend einschreiten und wir werden, und das habe ich auch gesagt, einen besonderen Fokus darauf legen, dass wir insbesondere gegen den sogenannten Cyberdealer konsequent auch vorgehen werden, weil das ein Bereich ist, der zunehmend im Steigen begriffen ist. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Bundesminister. Herr Brigadier, bitte um Ihre Ausführungen. Vielen Dank, sehr geehrter Herr Bundesminister, sehr geehrte Damen und Herren. Ich darf Ihnen nun nähere Details zum Suchtmittelbericht des Jahres 2021 präsentieren. Die Lage am Suchtmittelmarkt in Österreich hat sich teilweise in den letzten Jahren und in den letzten Jahrzehnten verändert. Ich will aber trotzdem noch erwähnen, dass Österreich nach wie vor Konsum- und Transitland ist und auch Umschlagplatz diverser Drogen und auch den Sitz diverser Tätergruppierungen hat, speziell im Wiener Bereich. Da sind wir sehr präsent. Da muss man zwei Sachen trennen einmal. Einmal die Substanzen, die nach wie vor, zum Beispiel das Kokin in Südamerika produziert wird, Kolumbien, Bolivien und Peru. Dann mittels Containerschiff, Flugzeug, Frachtverkehr nach Europa gelangt auf verschiedenen Routen. Da gibt es die normale Route Richtung den Häfen in Nordeuropa, Amsterdam bzw. Rotterdam, Antwerpen und Hamburg. Aber auch die Afrika-Route ist da sehr präsent. Dann haben wir auf der anderen Seite den Heroinmarkt. Hier spielt Afghanistan eine große Rolle in der Eigenproduktion. Und dann kommt es mittels, meistens auf dem Landweg nach Europa. Da ist die Balkan-Route sehr präsent, wie der Herr Bundesminister schon gesagt hat. Deswegen ist die Zusammenarbeit mit den Westbalkan-Staaten sehr wichtig. Wir haben dann das Cannabis, wo wir eine sehr starke Eigenproduktion haben in Österreich. Aber auch Cannabis-Kraut von Albanien oder Spanien beziehen. Und schlussendlich haben wir die synthetischen Suchtgifte, die eine schiere Menge sind. Da gibt es alleine schon tausend verschiedene Substanzen. Da haben wir das Hauptproduktionsland in Europa selbst. Das sind die Niederlande. Aber auch neue psychoaktive Substanzen kommen zum Beispiel aus dem asiatischen Raum. Was wir auch beobachten, und das ist schon ein bisschen mit Sorge zu beachten, ist hier Afghanistan, wo die Methamphetaminproduktion extrem angestiegen ist. Nur ein Seitenargument ist, dass 2008 in Afghanistan 4 Gramm Methamphetamin sichergestellt worden ist. Und voriges Jahr 2,8 Tonnen. Und da sieht man schon einen riesen Anstieg, speziell jetzt auch in Umgebungsländern wie Iran, Türkei. Und das kommt jetzt Richtung Europa. Was von den Begehungsformen sich massiv geändert hat, ist der Bereich der Cyberkriminalität, der sogenannten Cyberdealer. Das ist schon jetzt seit ein paar Jahren ein massives Problem geworden. Und inbegriffen auch mit der Cyberkriminalität auch der Postversand. Wie schaut es mit den Zahlen aus? Der Bundesminister hat es schon erwähnt. Wir hatten im Jahr 2021 generell grundsätzlich, und ich sage absichtlich grundsätzlich, einen Rückgang zu verzeichnen. Man muss das aber trennen zwischen Vergehenstabbeständen bis zu drei Jahren, wo wir die Besitzkonsumdelikte haben, aber auch den kleinen Handel und die Verbrechenstabbestände. Und hier sind wir aber im Steigen begriffen. Das heißt, ein leichter Anstieg der Verbrechenstabbestände. Und hier ist dann auch sehr stark vertreten die Fremdenkriminalität. Das zeigt quasi auch diese Folie. Wir haben zwar grundsätzlich ein Drittel der Gesamtsuchtmitteldelikte, werden von Fremden begangen, aber in Verbrechungsdatbeständen sind wir quasi schon jeder Zweite. Welche Nationalitäten spielen da eine große Rolle? Hier spielt der Westbalkan eine große Rolle. Also Serben an zweiter Stelle ist hier deutsche Staatsbürger. Es sind dann türkische Staatsbürger und afghanische Staatsbürger. Wobei, sagen wir es, weil viele wundern sich, warum deutsche Staatsbürger. Hier sind wir sehr oft im Vergehenstabbeständen. Wir haben sehr viele deutsche Staatsbürger, auch im Tourismus und so weiter. Und da ist natürlich der Besitzkonsumbereich da sehr stark vertreten. Also unser Fokus, unsere Priorität ist natürlich im Bereich des Balkans, weil wir da ein sehr großes Rückzugsgebiet haben in Österreich. Von den Daten und Fakten. Im Gesamtjahr 2021 haben wir rund 2,5 Tonnen illegales Suchtmittel sichergestellt. Wie auch jedes Jahr zuvor ist der Cannabis-Bereich sehr groß mit rund 2,1 Tonnen. Wenn Sie dann auch die Suchtmittelberichte durchlesen, ist hier eine Trennung zwischen Cannabis-Kraut und Harz gegeben. Und nicht wundern, weil es einen Riesenanstieg gegeben hat beim Cannabis-Harz, also das Haschisch. Warum war das so? Ganz leicht erklärt. Das hatte voriges Jahr im Bundesland Tirol eine Großsicherstellung gegeben in einem LKW mit über 260 Kilogramm, wo wir quasi aus Österreich nur als Trazid-Land gegolten haben. Wir haben aber keine große Szene von Haschisch, nur zur Erklärung. Kokien, 81 Kilogramm. Wenn Sie auch die internationalen Berichte verfolgen, dann kommt manchmal ein Schmunzeln und dann sagen, okay, dann schaut mal nach Rotterdam, die stellen 70 Tonnen sicher. Ja, ich würde mich auch freuen persönlich, oder die Polizei generell würde sich freuen, wenn man 70 Tonnen sicher stellt. Aber was ist wichtig? Ist die Sicherstellung per se wichtig? Ja, wir freuen uns darüber. Oder ist es wichtig, Tätergruppierungen zu zerschlagen und festzunehmen? Und ich denke schon, und wenn man es dann in der Tiefe nachschaut, was Länder tun, sind wir auf einem guten Weg. Das sieht man auch auf die Festnahmezahlen. Jeden Tag werden sechs Personen nach dem Suchtmittelgesetz festgenommen. Und das sind nicht nur Festnahmen, die quasi nur bei der Polizei 48 Stunden bleiben, sondern die auch dann eingeliefert werden zu den Justizanstalten. Das darf man nicht vergessen. Natürlich gibt es dann die Justiz verurteilt, bedingte Haftstrafen und unbedingte Haftstrafen. Heroin, Österreich ist europaweit sehr stark vertreten, mit 72 Kilo in Verhältnis zu der Einwohneranzahl. Ist auch verantwortlich für die meisten Drogenopfer, wo der Herr Bundesminister gesagt hat, rund 200. Und auf das muss man dann generell schauen. Aber es geht ja darum, der Polizei geht es ja nicht darum, unbedingt alle zu sanktionieren. Es geht ja darum, die Bevölkerung zu schützen. Das ist eigentlich die Hauptaufgabe auch der Polizei. Synthetische Suchtgifte, ich habe es vorher erwähnt, ist schon Nummer zwei mit rund 94 Kilogramm, plus diese 50.000 Stück Ecstasy. Das ist einer, dass Stoffe, ich sage es einmal generell Stoffe, weil synthetische Suchtgifte, das kennt man unter Amphetamin, Methamphetamin, LSD und so weiter und so fort, also das Anti-Umgangssprachlichen, Crystal Meth zum Beispiel, dass da hat es so einen gewaltigen Anstieg gegeben in den letzten zehn Jahren. Beim Kokain, Heroin haben wir mal ein Jahr mehr, einmal weniger, aber beim Cannabis und bei den synthetischen Suchtgiften, da haben wir einen massiven Anstieg zu verzeichnen und auch die Qualitäten sind massiv gestiegen. Kokain, man kennt es früher, auch die Dätergruppierungen haben sich ein bisschen verändert, die Straßenkriminalität, speziell im Wiener Bereich waren sehr viele Schwarzafrikaner aktiv, die sind jetzt quasi verschwunden. Jetzt hat die Dätergruppierungen aus dem Westbalkan die Straße übernommen und hier hat sich auch das Bild verändert. Das heißt, auch beim Heroin, früher war es üblich 2% Reinheitsgrad auf der Straße, jetzt haben wir 14% und auch manchmal über 40% Reinheitsgrad beim Heroin und das ist gewaltig, zum selben Preis. Was aber die Dätergruppierungen aus dem Westbalkan sehr gut können, sie sind sehr straforganisiert, die Strafen, auch die internen Strafen sind ganz anders als bei den Schwarzafrikanern. Also sofort Sanktionen bis hin zu Folterungen und auch Tötungsdelikte, nicht jetzt unbedingt auch in Österreich, aber die Aufträge ergehen aus Österreich, deswegen sitzen auch mehrere in Untersuchungshaft derzeit noch und das macht es schon zu einem Problem. Zu den Cannabis-Plantagen, wir stellen oder forschen circa 1000 Plantagen im Jahr aus, das ist eine große Anzahl, da kann man auch wieder sagen, jeden Tag drei Plantagen, von klein bis industriell, industriell heißt über 1000 Stück und das ist schon eine große Menge, speziell im vorigen Jahr durch die Operation Achilles haben wir 19 industrielle Plantagen österreichweit ausforschen können und das ist schon gewaltig, weil da geht es nicht mehr um den kleinen Kiffer, wie man so schön sagt, sondern da spielt die organisierte Kriminalität eine große Rolle und hier sind auch Gewalttaten üblich, weil durch die Gewinnmarschen in Cannabis Geld spielt eine große Rolle und das Menschenleben natürlich nicht. Zu dem einen erwähnten Fall von Herrn Martin Schabel, der hat betrieben mit anderen, insgesamt neun Personen, einen florierenden Suchtgifthandel von 2018 bis 2020. Hier wurden rund 60 Kilogramm Suchtmittel verkauft, das konnten wir nachweisen. Was Vermutungen sind, ist natürlich mehr, weil dieser Mann ja schon viele, wenn nicht schon ein Jahrzehnt, auch im Rotlichtmilieu, im Wiener alten Gürtelmilieu unterwegs war. Hier wurden bis dato sieben Personen schon verurteilt und festgenommen und diese Person, der Martin Schabel, 50-jähriger österreichischer Staatsbürger, ist noch auf der Flucht, der gilt als Mastermind dahinter, der hat betrieben mit seiner Organisation einen Online-Handel, ist somit auch ein Cyber-Dealer. Der Online-Handel hat Mr. Blow geheißen, das war ein Marktplatz und hier wurde dann quasi durch die Einheit, durch das spezialisierte Team im Bundeskriminalamt, das ausgeforscht, diese Gruppierung. Die sind sogar so weit gegangen, dass sie sogar einen eigenen Kryptomessenger-Dienst betrieben haben und haben quasi so unerkannt können kommunizieren. Aber jeder macht Fehler und wir leben ja nicht im Raumschiff Enterprise, wo es einen Replikator gibt. Das heißt, irgendwann müssen die Drogen auch an die Oberfläche und das ist genau dann, wann wir zuschlagen können und dann diese Täter habhaft machen können. Vielen Dank. Vielen Dank.